Herzlich Willkommen beim Brave in One Podcast. Wir sind Tim und Alin und wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, Paaren dabei zu helfen, eine glücklichere und erfülltere Beziehung zu führen und dabei mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Jede Woche teilen wir hier mit dir Gedanken und Erfahrungen zum Thema Partnerschaft. Schön, dass du heute dabei bist und etwas Zeit mit uns verbringst. Wir wünschen dir ganz viel Spaß in der heutigen Episode. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Frage. Ich freue mich total, dass du wieder mit eingeschaltet hast, denn es ist jetzt die vorletzte Folge, bevor wir in die Sommerpause gehen mit dem Podcast. Keine Sorge, du hast ja noch ganz schön viele andere Folgen, die jetzt hier einfach schon da sind. Deswegen scrolle ich einfach im Sommer einfach mal so durch und guck mal, was dich da noch anspricht. Wir haben schon einige Themen abgedeckt. Genau, aber wir gehen in Sommerpause und genau, deswegen ist das die letzte, vorletzte Folge, bevor der Podcast dann im September wieder kommt. Heute möchte ich mit euch über das Thema Grenzen sprechen und wie du gesunde Grenzen richtig setzen kannst. Das Thema Grenzen kommt meistens bei mir im Coaching ja eher in der Folgebegleitung auf, weil wir bei HEAL im Coaching auch viel eben erstmal herausfinden, was sind so die eigenen Bedürfnisse, was bin ich wert, was habe ich verdient, wozu möchte ich auch stehen, was möchte ich ja einfach auch erleben in meinem Alltag und was brauche ich, was sind da so meine tiefsten Wünsche Bedürfnisse. Und das ist etwas, was ja oftmals halt auch verloren gegangen ist bei vielen meiner Klienten, weil sie entweder in einer toxischen Beziehung waren und das so komplett verdreht war und sie vielleicht auch dazu geneigt haben, grundsätzlich in Beziehung, ob jetzt toxisch oder nicht, ja einfach so die eigenen Bedürfnisse hin anzustellen und immer zu gucken, dass es dem Partner, der Partnerin gut geht, dass sie entsprechend auch einfach immer geguckt haben, dass Hauptsache die Beziehung hält so. Und da ist so dieses eigene Bedürfnisse zurückstellen, immer zu gucken, dass es den anderen gut geht. Natürlich auch eine gute Schutzstrategie, um ja einfach nicht alleine zu sein, um weiterhin die Liebe und Anerkennung zu bekommen. Deswegen ist es da nochmal so ein, ja, Entfaltungsprozess tatsächlich, um wirklich erstmal so die eigenen Bedürfnisse zu spüren, anzuerkennen und zu respektieren und dann eben auch im nächsten Schritt auch in der Handlung zu vollziehen. Und das ist halt echt ein größerer Prozess, als jetzt einfach nur zu sagen, ich setze eine Grenze. Das hat so, so, so viele Unterschichten noch. Und das ist einfach total spannend und deswegen auch sehr wichtig zu verstehen. Also diese Folge ist genau richtig für dich, wenn du sagst, du hast angefangen, mehr mit deinen eigenen Bedürfnissen zu arbeiten, sie mehr zu spüren, mehr dafür einzustehen, merkst aber vielleicht noch, dass es nicht unbedingt immer richtig funktioniert oder weißt nicht, wie du das so richtig umsetzen kannst, ohne dem Gegenüber irgendwie vor den Kopf zu stoßen oder so. Genau, weil grundsätzlich gesunde Grenzen sind wichtig, die eigenen Bedürfnisse zu kennen ist wichtig, unfassbar wichtig. Und genau, deswegen soll die Folge heute darum gehen. Ich habe gleich drei Unterscheidungen für dich. Ja, was ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen klarer skizziert, was, ja, wie man Grenzen setzen kann, beziehungsweise was es da noch so für Unter- und Überstufen gibt. Ja, um da einfach auch wirklich klarer zu kommunizieren. Ich bin selber auch so ein Typ, wo ich das schon merke, dass ich, ja, meine eigenen Bedürfnisse manchmal nur sehr schwer direkt in dem Moment sehr klar äußern kann. Also wie gesagt, das sind viele verschiedene Faktoren. Erstmal die eigenen Bedürfnisse zu spüren, dann aber auch in dem Moment das für sich so ein klares Bauchgefühl zu haben, dass man in dem Moment auch schon handeln kann. Das ist ganz am Anfang sehr wahrscheinlich nicht so. Da wirst du erst im Hintergrund, im Nachgang einfach merken, so, du hast es reflektiert, du hast gemerkt, irgendwie hat sich das nicht gut angefühlt. Was waren da für Gefühle? Was, auf welchem Bedürfnis kannst du das zurückführen? Und dann wirklich das zu reflektieren und im nächsten Augenblick, im nächsten Moment, wo das nochmal vorkommt, eben, ja, anders zu handeln oder da einfach schneller diesen Zugriff auf dein Bauchgefühl, auf deine eigenen Bedürfnisse zu bekommen. Und das ist ein Lernprozess, das darf man einfach üben. Deswegen, ja, seid da geduldig und liebevoll mit euch selbst. Einfach wirklich zu gucken, dass ihr eure Bedürfnisse kennt, aber, ja, das einfach wirklich übt. Und solange ihr es im Nachgang reflektiert, ist das schon ein riesengroßer Schritt. Das sage ich meinen Coaches immer. Genau. Und deswegen da wirklich auch für sich in dem Moment das so klar zu haben und dann auch klar zu formulieren, ist gar nicht so einfach. Und wie gesagt, ich bin da auch immer wieder im Lernprozess, beziehungsweise kann man sich das so vorstellen. Es ist eine Zwiebelschicht nach der nächsten. Ich habe schon einiges für mich so herausgefunden, bin da schon auch sehr tief drin, jetzt für mich persönlich. Und trotzdem entdecke ich da manchmal noch so Sachen, wo ich denke, ach, spannend, da ist vielleicht noch was. Ist auch nicht schlimm, man muss nicht immer dauerhaft 24-7 an sich arbeiten, darum geht es auch nicht. Aber wenn man einfach merkt, dass man diesen Zugang mehr zu sich selbst bekommt, ist das total hilfreich, da wirklich zu sagen, man, ja, man geht da einfach auch wirklich weiter und fängt da auch an zu üben, damit du einfach, ja, ein Leben führen kannst, was mehr im Einklang mit dir selbst ist und vor allem auch eine Beziehung führen kannst, die mehr im Einklang mit dir selbst ist. So sehe ich es erstmal dazu aus. Ich würde euch super gerne drei Unterscheidungen mitgeben. Das eine sind Anfragen, das zweite sind die Grenzen und oftmals wird das halt verwischt und irgendwie kann man das dann nicht so ganz oder denkt man, dass es irgendwie dasselbe ist, ist es aber nicht. Und das dritte ist ein Ultimatum. Und das sind so diese drei Unterscheidungen von sanft zu sehr hart zum Schluss in der Kommunikation und ich beginne einfach mal mit den Anfragen. Anfragen sind schlussendlich, ja, sehr sanft. Also es ist schlussendlich eine Anfrage an den Gegenüber, wo du fragst, ob er oder sie das Verhalten, sein oder ihr Verhalten ändert. Es ist somit außerhalb deiner Kontrolle. Das heißt, du kannst nicht bestimmen, ob er es jetzt verändert oder sie es verändert, aber es ist schon mal eine Anfrage. Und somit machst du in dieser Kommunikation erstmal klar, was deine Bedürfnisse sind und kannst das kommunizieren. Also es ist ein super guter Start, um da erstmal reinzugehen, um deinem gegenüber, gegenüber überhaupt erstmal die Möglichkeit zu geben, deine Bedürfnisse auch zu sehen, zu respektieren und dann vielleicht sogar auch darauf Rücksicht zu nehmen und sie zu erfüllen. Und das ist etwas, was wirklich ein guter Start ist und den meisten wahrscheinlich auch mit am einfachsten fällt. Natürlich muss man das auch erstmal hinkriegen und da kann man auch für sich natürlich immer nochmal so ein bisschen gucken, inwieweit ist das auch eine Anfrage, die jetzt auch realistisch ist. Weil schlussendlich, und das ist etwas, was leider, beziehungsweise ist es irgendwie auch gut, so ist, dass du deinen Partner oder deine Partnerin nicht verändern kannst. Das heißt, es ist total wichtig, in der Beziehung auf die Bedürfnisse des Partners einzugehen, in Kommunikation zu sein, auch mal Kompromisse zu machen, absolut. Und das ist natürlich etwas, wo man, wo ich dir auch wünsche, dass du da auf Augenhöhe mit deinem Partner, deiner Partnerin bist. Wenn das nicht der Fall ist, kann das durchaus sein, dass diese Anfragen nicht gesehen werden und ignoriert werden, nicht, ja, respektiert werden, nicht eingehalten werden. Und das ist dann natürlich total schade. Und da muss man natürlich einfach auch so gucken, wie lange möchtest du dann vielleicht auch diese Beziehung auf der Ebene dann weiterführen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen. Eine Anfrage ist schlussendlich etwas, wo du deinem Gegenüber eben fragst, ob er oder sie das Verhalten ändert. Und wie gesagt, wir können nicht erwarten, dass es passiert. Deswegen ist es nur eine Anfrage und das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Aber wenn ihr eine Beziehung auf Augenhöhe habt, wird dein Partner, deine Partnerin das respektieren und dementsprechend vielleicht nochmal nachfragen, warum dir das so wichtig ist, um das einfach verstehen zu wollen und dann aber darauf auch einzugehen und ja, entsprechend auch diese Anfrage zu erfüllen. Und deswegen ist das ein super guter Start und einfach auch eine gute Möglichkeit, um in der Partnerschaft wirklich die eigenen Bedürfnisse auch zu kommunizieren. Und ja, in meinem Coaching habe ich das halt immer wieder, dass Frauen dann entsprechend auch diese Anfragen machen, beziehungsweise dann halt auch Fragen, okay, jetzt verändere ich mich gerade, ich mache gerade viele Dinge durch, auch innerlich in dem Heal-Coaching. Wie kann ich irgendwie meinen Partner auch damit einbinden? Und wie kann ich ja, ihn vielleicht auch bitten, in Triggersituationen, wenn eben alte Wunden getroffen werden, da vielleicht anders mit umzugehen? Wie gesagt, wir können es nicht erwarten von unserem Partner, unserer Partnerin, aber es ist natürlich auf jeden Fall ein guter Weg, da einfach mehr Verständnis und Sensibilität auch dem Partner, der Partnerin mitzugeben oder da auch einfach die Möglichkeit zuzugeben. Und das schafft man halt eben, wenn man da halt diese Wundenpunkte erklärt, wenn man den Partner mit reinnimmt und dann halt diese Anfrage stellt von, hey, es würde mir total helfen, wenn du in den Momenten, wo ich mich getriggert fühle, vielleicht einfach nicht noch etwas dazu sagst oder mir eine Umarmung gibst oder einfach kurz die Hand hältst oder mir kurz den Raum gibst, damit ich eine Pause machen kann. Das sind alles Möglichkeiten für Anfragen. Als kleines Beispiel auch, zum Beispiel ihr seid beim Kochen und dein Partner, deine Partnerin erhebt sehr doll die Stimme und macht das vielleicht auch immer wieder und entweder triggert es dich oder es ist wirklich etwas, was vielleicht nicht so respektvoll ist, dass du dann in diese Anfrage stellst und sagst, könntest du vielleicht in einer anderen Tonlage mit mir sprechen. Das würde mir total helfen oder das fände ich schöner. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, es geht dir gerade so in eine nicht so gute Richtung im Gespräch. Das ist eine Anfrage. Wenn du aber merkst, dass diese Anfrage nicht erfüllt wird, musst du schlussendlich diese Antwort akzeptieren. Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt, so wenn dein Partner, deine Partnerin da nicht so darauf eingeht, ist das etwas, was wir akzeptieren müssen. Wir können das Verhalten des Partners nicht verändern. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Und da kommen dann die Grenzen mit ins Spiel. Eine Grenze zu setzen liegt bei dir und ist somit auch in deiner Kontrolle. Das heißt, es geht da wirklich um eine klare Kommunikation. Also wenn du deine Bedürfnisse kennst, also die Basis für alles, was ich jetzt hier gerade sage, geht es darum, klar zu kommunizieren, was deine nächsten Schritte betrifft, was deine nächsten Handlungen betrifft. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dass dein Partner sehr schroff vielleicht mit dir spricht, während ihr kocht und er deine Anfrage jetzt nicht respektiert oder nicht darauf eingeht, kannst du eine gesunde Grenze ziehen, indem du sagst, erst mal das Bedürfnis wahrzunehmen, ich möchte eine wertschätzende Kommunikation, ich möchte wertvoll behandelt werden. Mein Gefühl dabei ist, dass ich mich unwohl fühle, ich fühle mich schlecht behandelt. Und da dann halt eben weiterzugehen und zu sagen, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst, kannst du bitte, das wäre dann eine Anfrage hinterher, könnte man nochmal zusätzlich machen, kannst du bitte ruhiger mit mir sprechen. So, und wenn du diese Grenze gesetzt hast von, ich möchte nicht, dass du in dem Ton mit mir sprichst, kann man dann halt eben gucken, ob das natürlich schon was bringt, aber wenn es halt eben nichts bringt, wäre dann halt auch eine klare Kommunikation über deine zukünftigen Handlungen wichtig. Also, dass du dann halt sagst, ich würde das Gespräch gleich verlassen, das ist, das ist mir gerade zu schroff, der Ton. Deswegen würde ich das Gespräch gleich verlassen. Und das ist eine eigene Grenze, das ist dein, das betrifft deine Handlung, deine nächsten Action Steps und das kannst du eben beeinflussen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das heißt, wenn du irgendeine Umgangsweise hast oder irgendwas, wo du merkst, ja, das triggert dich oder das verletzt dich oder so möchtest du nicht, dass mit dir umgegangen wird in einer Beziehung, dann kannst du da durchaus eine gute Grenze ziehen in einer klaren Kommunikation und genau, da einfach wirklich drauf zu achten, dass es klare Worte sind über die nächsten Handlungen. Wenn du dich aber in einer Partnerschaft befindest, wo du immer und immer wieder verletzt wirst, das geht natürlich auch bei anderen Beziehungen, kann man auch darauf beziehen und deine Bedürfnisse nicht geachtet werden, darfst du dir halt einfach da die Frage stellen, ob oder wie du diese Beziehung weiterführen möchtest. Das ist, das ist völlig in Ordnung. Weil wenn jemand deine Grenzen nicht achtet, deine Bedürfnisse nicht achtet, ist das etwas, ja, wo du dir die Frage stellen kannst, ob das wirklich eine liebevolle Beziehung auf Augenhöhe ist, denn grundsätzlich hat ein Partner eine Partnerin ja schon dein Bestes im Sinne und, ja, sie dich auch als Person mit deinen Bedürfnissen und deswegen, ja, da einfach so als kleinen Nebensatz dazu ist das vielleicht hilfreich zu wissen, dass eine Beziehung auf Augenhöhe, ja, einfach mit inkludiert, dass dein Partner deine Partnerin auf deine Grenzen und deine Bedürfnisse achtet. Kommen wir dann zum Dritten. Das ist das Ultimatum. Und da geht es, und das ist jetzt so ein bisschen schwierig, manche verwechseln das vielleicht auch mit Grenzen. Da geht es aber nicht darum, also es geht halt viel darum, wie man es halt drüber bringt. Und zwischen Grenzen und Ultimaten ist es halt so, dass da, das ist so eine Grauzone, sag ich mal, das ist ein bisschen schwer eben auseinanderzuhalten. Aber es ist, oder man kann sich da so ein bisschen dran hangeln oder ein bisschen diesen Messstab nehmen von, wie sprichst du es aus, also auch in welchem Ton, mit welcher Haltung und mit welcher Intention sprichst du das Ganze an. Also da kommt es total viel eben auch auf diese drei Dinge an. Und bei einem Ultimatum ist es so, dass du tendenziell, und das ist auch so diese innere Haltung oder auch die Intention, andere kontrollieren möchtest. Und bei der Grenze ist es so, dass du deine eigenen Bedürfnisse beschützen möchtest. Und das ist wirklich ein Unterschied. Und den darf man da auch wirklich nochmal ziehen. Und ich empfehle natürlich, eher mit Anfragen und Grenzen zu arbeiten. Aber wenn du dich da mal ertappst, jetzt so beim Hören, dass du vielleicht auch manchmal ein Ultimatum stellst, kannst du da vielleicht nochmal gucken, ob du das eher in Anfragen oder Grenzen formulierst. Wirklich auf den Ton achten, ja. Also wenn du zum Beispiel sagst, hör auf, mit mir so zu sprechen. Wenn du jetzt nicht aufhörst, mit mir so zu sprechen, dann ist die Beziehung vorbei oder dann rede ich nicht mehr mit dir und dann verlässt du den Raum und schlägst die Tür zu. Und dann hat der Partner gar keine Möglichkeit mehr irgendwie so darauf einzugehen. Es kann auch durchaus sein, dass du nicht diese Abfolge durchgehst, Anfrage, Grenze und dann Ultimatum, sondern du halt, ja, entsprechend sofort das Ultimatum stellst. Und damit neigst du dann halt dazu, durch dieses Verhalten eben andere oder deinen Partner zu kontrollieren. Deswegen, wenn du eine Grenze setzt, dann muss das gar nicht laut sein. Es kann einfach auch ganz leise und ganz klar sein, mit der inneren Haltung wirklich auf deine Bedürfnisse zu achten, wenn vor allem die Anfrage, ja, nicht erfüllt wird oder nicht respektiert wird. Das sind so diese drei Unterschiede. Ich wiederhole nochmal, es gibt die Anfragen, die Grenzen und das Ultimatum. Und ich empfehle auf jeden Fall, mit den Anfragen anzufangen. Das ist ein guter Start und dann eben auch gesunde Grenzen zu setzen. Gar nicht im Böswilligen, sondern einfach, ja, in Liebe zu dir. Also das heißt nicht unbedingt, dass du gegen deinen Partner sein musst, sondern es ist eine Entscheidung für dich. Das, finde ich, ist nochmal ein großer Unterschied. Und genau, und halt eben das Ultimatum, was aber tatsächlich eher dazu da ist, um andere zu kontrollieren und nicht die eigenen Bedürfnisse zu beschützen. Ich hoffe, du konntest heute was mitnehmen. Wie gesagt, Basis ist immer, dass du deine Bedürfnisse gerade entdeckst und auch schon einige kennst und vielleicht dann aber merkst, okay, ich lerne jetzt meine innere Welt so gerade kennen und irgendwie match die Äußere noch nicht, weil ich vielleicht vorher meine Bedürfnisse noch nicht so geäußert habe. Und deswegen kann mein Umfeld es auch noch gar nicht wissen. Deswegen sei da auch geduldig und liebevoll mit deinem Umfeld bis zu einem bestimmten Grad, damit sie einfach auch sich auf dich einstellen können, wenn du damit jetzt gerade neu beginnst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei, ja, Anfragen und Grenzen zu tätigen und zu setzen und vor allem immer mehr deine eigenen Bedürfnisse zu erforschen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich freue mich über jede Zuschauerin, über jeden Zuschauer, ist eher Hörer, merke ich gerade, Hörer und Hörerin. Genau, wenn du Interesse hast, da tiefer reinzugehen, dann melde dich doch total gerne. In den Shownotes sind mehrere Links, aber da ist vor allem auch ein Link für das Coaching. Da kannst du dich einfach total gerne melden, das Formular ausfüllen und dann kommt die Anfrage bei mir ins Postfach und dann würde ich mich bei dir melden. Also, wenn du da Lust zu hast, freue ich mich über deine Anfrage und ja, wünsche eine richtig gute Woche. Bis dahin.